Und nun Barbara Schöneberger, voll in vollem Glanz. Wunderschön! Frau Schöneberg, wunderschön sind Sie wieder heute anzusehen. Gekonnt! Herrlich, Sie wieder mal zu sehen beim Deutschen Radio. Was ist das denn? Sie waren schon bei uns. Dass ihr was von mir gesendet habt, ist mir schon klar. Gold und Silber, Sie investieren also auch in Edelmetalle, ist das richtig? Gold ist Gold gut momentan, ich hab mich mal auf Silber verlegt irgendwie. Sie führen heute euch nach. Wissen Sie, wer hinter Ihnen steht? Die Blue Man Group. Das ist toll. Der hat meine Augen drin, oder? Sind das heute Ihre Co-Moderatoren? Aber nicht abfärben heute. Kein Küsschen geben. Der hat sogar grüne Augen. Mr. Blue Man Group. Aber die sind lustig. Okay, selbst als Moderator. Super! Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Also heute leiten Sie wieder durch den Arm. Ich glaube, ausnahmsweise heute mal. Das ist doch Ihre Stimme. Also das sind ja einzigartige Aufnahmen, die wir heute hier beim Deutschen Radiopreis generieren. Ich bin glücklich. Ich glaube, ich überlasse jetzt den Kollegen, die wollen ja auch. Was passiert denn? Von Sat1. Dankeschön. Hi! Das ist die Blue Man Group. Also da geht es übersinnlich. Also wir können nicht mit denen reden. Wir können nur außerirdisch mit denen kommunizieren. Und ich glaube, ich habe jetzt Frau Schöneberg ein bisschen überfordert. Und die Blue Man Group von hinten, das war zu viel. Aber ich will ja auch rücksichtsvoll sein. Also wie gesagt, die anderen Medienvertreter sollen ja auch ihr Glück haben. Auch wenn ich vor dem ZDF und vor Sat1 mal war. Kennen ja Jungen auch ein bisschen die Spielregeln jetzt. Schönebergreterinnen und Schönebergreterinnen Untertitelung des ZDF, 2020